Wenn das für dich schon genug ist, bleib hier. Anderenfalls nimm beide Beine in Tabletop. Ausatmen, komm hoch. Beide Hände berühren die Außenseite deiner Unterschenkel. Einatmen, roll nur so weit zurück, dass die unteren Spitzen deiner Schulterblätter noch weg vom Boden sind. Du kannst auch nur deine Knie berühren, aber wenn möglich, tauch ein bisschen tiefer und bleib im Fluss. Entfache dein Feuer. Noch ein paar Mal nütze die Kraft deines Atems, um durchzuhalten. Entspanne, fließe nach unten und dann mit deiner Einatmung heb dein Becken weg vom Boden und komm in die Schulterbrücke. Ausatmen, roll Wirbel für Wirbel nach unten. Du kannst dir noch einmal das Becken bewusst beugen, um es danach in der Mitte zu zentrieren. Deine Beine wieder in Tabletop. Ausatmen, komm hoch. Dein linker Arm fließt zur Außenseite deines rechten Beines. Streck deinen rechten Arm weit nach hinten. Einatmen, ausatmen. Kehr zurück zur Mitte und vertiefe. Wechsle die Seite. Wechsle die Seite.